Es war einmal ein regnerisches Tal. Es gab dort keinen Boden, auf den man seine Füsse stellen konnte. Eines Tages wollte sich dort ein Vogel niederlassen. Er war ausgezogen, um sein Glück zu versuchen. Doch in dem Tal konnte er weder mit seinen Flügeln fliegen, noch mit seiner Stimme singen. Deshalb wehte er wie ein Blatt im Wind. Als eines Tages die Sonne schien und seine Federn trockneten, hörte er einen Gesang. Da konnte er zum ersten Mal seit langer Zeit seine Flügel bewegen, sodass ihn ein lieber Mensch erblickte, der auf einem Hügel stand. Der Gesang des Menschen sprach zu seinem Herzen. Also nahm der Vogel seine ganze Kraft zusammen, ließ sich auf seine Schulter nieder und ruhte sich aus. Von nun an spürte er wieder seine Freiheit und im Himmel über dem Tal ertönte ein neuer Gesang.